Musik Ich weiß nicht, wie alt dieses Theater ist, aber es ist amazing, also es passt wunderbar zu der Aufführung und es ist einfach, das Theater des Westens ist eigentlich schon eine Schuhfürsicht. Musik Ich war das erste Mal heute und ich bin total geflasht. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, so mega war das gerade die ganze Show. Und es war astrein, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Effekte, die Musik, super. Es gibt Gänsehaut, Feeling, es ist großartig einfach, das Orchester ist super. Musik Mir haben die Tanzszenen am besten gefallen. Es sind fantastische Darsteller, wahnsinnig klasse Tänzer. Das war alles kraftvoll. Tolle Musik, tolles Bühnenbild, klasse Kostüme. Musik Ich war vor einigen Jahren schon mal gewesen und die haben jetzt nochmal eine Schippe draufgepackt. Also es war richtig gut. Umwärmend. Also es ist wirklich spektakulär, es mal zu sehen. Jederzeit wieder, definitiv. Musik Was ist für alle Altersgruppen was dabei? Alles in allem, also eine super Aufführung. Also kann man jedem empfehlen, sich das einfach mal anzugucken. Der Oberknüller. Genial, wunderbar. Atemberaubend, sowas habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben und spektakulär. Musik Tanz des Empires Musik Tanz des Empires